heute ist tag 3 wir gehen jetzt wieder zur wand und ein bisschen rumkritzeln heute ist der kranich dran ich habe meinen chauffeur hier grüße gemüse seid gespannt was kommt hier ist er wieder wie geht es ja super alles klassen ja bestens bestens was haben wir vor heute machen kranich fertig heute machen kann ich sag drei ja mal schauen wie es wird denn auf jeden fall sehr excited also für die dieser nicht gesehen haben so weit sind wir das ist ollie tätowierer aus leidenschaft und profession und wir dachten wir meinen mir gemeinsam so heute machen wir den kranich und für mich ist es mega interessant weil ich echt keine ahnung habe wie wir das machen mit der grundierung hier damit ich noch weiß wo dann die outlines hinkommen weil ich theoretisch drüber sprühen kannst du das erklären theoretisch sprühst du drüber also ollie ich würde es folgendermaßen machen ich würde erst mal eine grundfarbe mir aussuchen am besten den mittelton also nicht den dunkelsten und auch nicht den hellsten ich würde das ding damit ausfüllen würde aber schauen dass ich einen teil der vorgezogenen von deinem sketch sozusagen einfach dann lasse so dass du weißt am ende okay die federn liefen hier lang und so weiter und so fort und jetzt mache ich was was machst du jetzt 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 geht es ganz schnell mal ganz kurz drauf Olli! Letzte Züge? Letzte Züge ja. Wie sieht es aus? Hey super! Ja? Ich bin ehrlich gesagt sehr begeistert. Cool. Wollen wir mal zurücksteppen? Ja. Wollen wir den Leuten das mal zeigen oder was? Was dir hier verbläht hat. Auf jeden Fall. Alter. Erstes Graffiti. Alter. Was ist schlecht? Achso, hier oben ist ein Besucher. Hallo. Hallo. Also Folks, das Ding ist gerissen. Der Adler ist gelandet. Oder besser gesagt, der Kranich. Und mein Freund Olli, der gerade noch ein bisschen hier kritisch beäugt, ist glaube ich recht happy. Und dann werden wir jetzt mal kurz interviewen. Guckst du mir noch ein bisschen kritisch? Ich meine, wenn du ein Mural malst, es gibt immer, kann ich ja aus eigener Erfahrung sagen, es gibt immer so Höhen und Tiefen. Wir fangen mal mit den Tiefen an. Was war denn die Competition für dich? Was war am härtesten? Lines ziehen. Definitiv Lines ziehen. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so tricky ist. Es ist halt krass. Du hast halt irgendwie beim Tätowieren so lange Billion und hier ist ein Wert einfach so. Ja. Okay, dann machen wir das Schwächte mal beiseite. Was war denn das Geiste? Das Geiste? Ich glaube, das ist bei jedem gleich oder so am Schluss. Die Highlights setzen und sowas, wo du einfach merkst, ein bisschen zurückgehen und dir das angucken und genießen, was du eigentlich so in den letzten drei Tagen gemacht hast. Das ist richtig, richtig cool. Wirst du? Der Kranich ist definitiv mein Highlight. Geil. Freut mich. Obwohl ich sagen muss, ich habe mich vertroffen mit den Letters. Aber geht noch eine zweite Session oder was? Irgendwann? Ja, auf jeden Fall. Schauen wir mal. Wir müssen ja für Nacht... Wir müssen ja für Nacht üben, Alter. Ja, für schnell. So sieht es aus.